Und nun ein Weihnachtsgedicht. Apfel und Schlange heißt es. Der Weihnachtsmann hat sich verlaufen. Er wollte Kindern Äpfel kaufen, denn Apfel, Nuss und Mandelkern bekommen unsere kleinsten gern, hat er gedacht und frug ein Mädchen nach einem exquisiten Lädchen. Das Girl hat daraufhin gesagt, es gäbe einen Shop am Markt und meinte noch, er sollte laufen, bevor sie alles abverkaufen. So landet er im Apple Store und kommt sich voll veräppelt vor. Dort wird er abfällig und lange, beäugt von einer Warteschlange. Vielen Dank.